Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Havlite 2 mit Unterdrücker. Ich will den Unterdrücker benutzen. Äh. Ich will den Unterdrücker benutzen. Ich dachte, ich kann den jetzt hier benutzen. Sonst kann man die Sachen doch immer benutzen auf der Combine. Ist das scheiße wie nichts. Nämlich wir müssen jetzt den Strider da unten zerstören. Erstmal noch ein bisschen leben. Naja, so sehr viel war da jetzt nicht mehr drin. Ähm, ich will mit der Rakete dahinter. Ich dachte, wir wären Zweiss Strider auf einmal. Das wär's blöd. Combine. Ein bisschen Combine. Ja, ich weiß, dass wir den Unterdrücker ausgeschaltet haben, aber trotzdem dachte ich vielleicht, sie sagt das Spiel auch, komm, du kannst ihn trotzdem mal benutzen. Spiel ist ja manchmal nicht so ganz kohärent und sowas. Plopp. Ladedaten. Direkt nach folgenden Medien. Sowas lieb ich ja immer. Ich gehe dir aus dem Weg. Wenn doch mehr davon heute so denken würden. Das wäre doch viel praktischer. Hi. La 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 la. Dr. Freeman. Seit der Unterdrücker abgeschaltet und das Tor offen ist, können wir hier Leute durchbringen. Die Combine werden das spüren. Wir haben auf dem Platz eine Kiste Raketen verloren. Wenn du es dorthin schaffst, hast du alles, was du gegen dieser Strider brauchst. Du zuerst, Freeman. Hi. Natürlich ich zuerst. Jetzt sind wir wieder beim Strider. Das sind aber eine Menge Leute. Ich weiß gar nicht, ob der aktive Raketenabwehr hat. Uiuiuiui. Natürlich. Wieso fokust der eigentlich nur mich? Warte auf mich. Ja, ich brauche jetzt trotzdem erstmal. Hey, Kuhn. Aua. Ich habe keine Schmerzen. Ich habe keine Schmerzen. Ähm. Hallo? Das sind zwei Strider. Okay. Na toll. Ich habe halt nicht sehr viel Leben. Ich muss da irgendwie durch. Ich mache meine Tropfenballrapport. Ähm. Hi, Leute. Das kam gar nicht gut anscheinend. Uiuiuiui. Da ist der Zweite. Hi. Geh weg. Geh weg. Ich brauche Deckung. Hier drin hast du keine Schmerzen. Hier drin geht es dir gut. Hier drin geht es dir gut. Ich frage, wo ist die Kistraketen? Ich wusste es doch. Hier ist die Deckung. Oh Gott. Ähm. Der mag das gar nicht. Hi. Hi. Oh. Das Blöde ist, du kannst halt nicht die Rakete abschießen und schnell in Deckung gehen. Das vergesse ich immer wieder. Hä? Da. Oh. Das ist doch selbst. Hilfe. Suche immer noch die Kistraketen. Bin gleich tot. Wieder. Au. Au. Ah. Ich glaube, dass Leute ist da auch noch ein bisschen. Ach, so bin ich hier. Hi. Hi. Hä? Frage ist Tages. Fuck. Boah, das tut ich ernst. Nee, ich bin schon wieder tot. Ich muss einfach weiter. Bis zu meinen Raketen. Hä? Danke. So, jetzt weiter, 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 weiter. Ich muss meine Rakete, ich muss meine Rakete. Okay, gut. Wunderschön. Wunderschön, danke. Boah, zwei sind immer noch am Leben, ey. Wo ist die Verstärkung? Wunderbar, wunderbar, ihr habt sehr gut in mich investiert. Jetzt habe ich nämlich Nachschub, jetzt kann ich kämpfen. Höh, bitte. Nämlich das Schwierende, ich mal zum Raketenwerfer wechseln lassen würde. Wie viel halten die dann aus? Ist klar. Endlich. Erster ist weg. Es ist Leben drin. Natürlich nicht, aber das Schild ist auch gut. Dem anderen fehlt nur noch ein Schuss. Das ist ja karge. Wehe, ist noch einer. Na, da ist, da ist noch einer. Na, na. Ist nicht dein Ernst, oder? Der andere, der war es nämlich fast. Cool. Äh, hi. Was war das denn? Das ist ja, das ist ja schon wieder fräflerisch. Oh. Au. Au. Ich, ich, nicht dein Ernst. So, bitte. Der ist ja immer noch nicht dort. Oh nein. Kombi-Infanterie. Was haben wir denn hier drin eigentlich? Oh, Leben. Das sagt mir, warum sagt mir das keiner? Das war damals ein Frostbite-Engine. Boah, wie sie so Strider einen kaputt machen. Nicht nur körperlich. Da ist einer. Geh kaputt. Endlich. Jetzt kommen wir, jetzt kommt der nächste, ne? Da ist er. Ähm. Hä? Hä? Was war das denn? Pakete. Danke. Danke. Vielleicht haben wir es hoffentlich. Ist dann noch einer. Das war mal. Das ist doch nicht euer Ernst. Gib mir mehr Leben. Oder ein Leben. Hm. Bob, Bob. Da sind wir jedes Mal was anderes dran. Ähm. Fall. Dieses Strider. Ach, da oben ist ein Loch. Ähm. Nein. Cool. Okay. 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 Kann ja nicht mal mehr Raketen mitnehmen. Das ist geskriptet. Bad geht nur so. Kann ja nicht bitte noch hinten noch eine Wand aufmachen. Das wäre sehr lieb. Nö. So meinte ich das nicht. Auf zu knatschen. Geh einfach kaputt. Alter, wie viel frisst denn der? Ist wohl Rakete nimmer satt. Ja, ach ey. Ui. Da von unten kriegt man die viel besser kaputt, aber... Oh. Dritt heißt tot. Gut. Ich habe mir noch ein bisschen mehr Leben. Das ist das Frage, wo ist der vierte? Oder waren das noch nur drei? Oh Gott. Da kommt die Infanterie. Da kommt die Infanterie. Hi. Genau, bringt euch selbst um. Ich brauche mal kurz was. Die Armbrust. Die Armbrust. Schade. Bewegen sich dafür zu viel. Komm. Nein, braucht er nicht. Gibt keine Sicherheit mehr. Boah. Ach ne. Sobald ihr siehst, bewegen sie sich. Alter, der wird sich hier alles aufbauen und auffahren. Das ist ja unglaublich. Tja. Aber lange hat es anscheinend nicht gehalten, ne? Oder nicht wirklich? Vielleicht eine Generation, ne? Nee, 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 nee. Gerade da. Hallo? Bäh! Das wirkt da so verdächtig. War nur einer? Geht doch jetzt fast irgendwas ganz görig kaputt. Nein, danke. Danke. Oi, 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 oi. What the... Wow. Alles explodiert. Tschüss, du blöd, nervige Drohne. Hab dich noch nie gemocht. Klok, klok, klok. Ich wollte aber da eigentlich das Ding gehabt haben. Naja. Ich weiß, die kann man zurückwerfen. Ich traue mir das. Ich traue mir das gerade nur nicht sehr gut zu. Schnell genug zu wechseln und dann... Lassen wir nicht eigentlich ein bisschen Energie fallen, die Dinger? Tschüss. Ah, danke. Lassen wir manchmal nämlich ein bisschen Energie fallen. Hm. Ist hier vielleicht irgendwo ein bisschen... Oh, Zeug. Wunderbar. Machst du auch so gern Zeug, wie ich Zeug mag? Zeug ist toll, ne? Plupp. So viel Zeug. Der läuft hier jetzt einfach nur rum, ne? Oh, hässliche Strider. Oh, da. Genau, das meine ich. Fisst mich nicht. Ähm. Hi. Ist da der jetzt schon wieder kaputt gemacht? Jetzt habe ich nichts mehr. Leute? Ich bin ein Mann mit Anzug. Au. Mann mit Anzug braucht Zeug. little, 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 little. Da ist er in Kiste. Hm. Ah, gib mir die Energie. Gib mir da Energie. Gib mir... Wunderbar, danke. Der sieht mich nicht. Der sieht mich nicht. Der sieht mich nicht. Ich weiß nicht, was ich will, aber er sieht mich nicht. Ähm. Das war irgendwie dämlich. Was war... Das ging sogar. Okay, gut. Hopp, hopp. Diese blöde Schietlampe. Das Ding ist einfach nur eine überdimensionierte Lampe. Mehr bist du nicht. Mehr bist du nicht. Hast du gehört? Mehr bist du nicht. Nur eine überdimensionierte Lampe. Die manchmal ein bisschen Saft droppt. Hm. Keke, 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 ke... Ähm. Ich freu mich jetzt, wie es weitergeht. Muss ich nach ganz oben? Boah. Sei doch nicht so böse auf mich. Hm? Der kann böse auf mich sein. Wir sind jedes Mal kaputt. Vergiss mich. Würden die Dinger wenigstens jedes Mal ein bisschen Energie droppen. Dann wären die wenigstens sinnvoll da. Du schießt auf das Falsche. Das ist da oben irgendwas. Bäh. Ich bin halt einfach gerade total aufgeschmissen, weil hier nichts liegt. Hm. Ich habe das Gefühl, die Fässer da drüben, die bringen mir, würden mir auch nichts bringen. Ach komm, hier muss doch irgendwo was sein. Irgendwo irgendwas. Kannst du das ganz unten immer sehen? Nö, oder? Nö. Nö, 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 nö. Das ist ja auch nur Reifen. Ich glaube, ich muss das Ding eigentlich mit den Fässern besiegen. Aber ich habe nur noch 7 HP. Jetzt habe ich überhaupt keine Mal, jetzt habe ich null Mal getroffen werden, und das ist bei dem Ding unmöglich. Jedenfalls, das ist meiner Sicht. Das geht bestimmt mit irgendwelchen Wallhacks oder so. Ach, geh weg. Kann das sein, jedes Mal, wenn das Ding mich fotografiert, weiß der Strider, wo ich bin. Wo bin ich? Hier bin ich. Strider, Meiler. Ach, die Folge, die ich will auch in dieser Folge Strider eigentlich wegkriegen. Okay. Vergiss mich einfach wieder. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ja, doch. Wir arbeiten zusammen. Das ist ein hässlicher Scout. Okay, Gott, jetzt auf die Pistole wechseln und die Scouts im Auge behalten. Ich will ihn doch schon wieder. Da ist er. Okay, der sieht mich auch so. So ganz blind ist er jetzt nicht. Ich will ihn schon wieder. Scouts, 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 Scouts. Hallo? Keine Energie getroppt. Schade. Der glitscht durch das Gebäude. Der Kleine spawnt mir viel zu oft nach. Ich habe ihn nämlich jetzt schon wieder gehört. Hm, wer der ist? Komm. Nein. Was? Scheiße. Was? Kacke. Okay, warte, 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 warte. Ich will das Ding. Ich will das Ding. Da kommt das. Wunderbar. Hm. Geht er weg. Geht er weg. Da kommt es wieder. Wie sie weitermachen, sie liegen alle Fässer unten. Komm, komm. Gleich liegen sie alle unten. Scheiße. Scheiße, jetzt weiß ich, wo ich bin. 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 Hier wollte ich doch gar nicht hin. Geht weg. Oh, die Energie. Leleluh. Nur der Mann im Mond schaut zu. Die Folge geht viel zu lang. Ich glaube, wie nice ist das, du bist. Jetzt ist er wieder da. So. Ich muss jetzt nur nach unten. Da liegt meine Pseudomunition. Also die Fässer. Genau hier. Ähm. Oha. Komm. Ich weiß genau, dass du hier rein willst. Wunderbar. So. Pass. Du-du-du. Hui. Das war zu hoch. Oh, fuck. Verdammt. Hm. Er sieht mich nicht. Okay. Das Ding raucht. Das Ding raucht. Vielleicht noch ein Fass oder so. Ich habe auch nur noch eins. Ich meine, aber ich habe mehr runtergeholt. Was mache ich denn jetzt? Blutverlust festgestellt. Medizinische Versorgung nötig. Ja. Oh, Alter. Also wir wissen, wie es gemacht wird, aber diese Fässer sind halt ein bisschen ungenau. Die fliegen halt in den Bogen. Ja, also damit sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Glaubt euch wohl, bleibt ihr treu. Wir sehen. Ciao. 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 Ciao.